Guten Morgen. Für euch, für euch alle Nummer 4. Heute ist Donnerstag, der 26. März 2020. Nur nicht. Von Erich Fried. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich gar nicht getroffen hätte. Weniger Trauer jedes Mal, wenn wir uns trennen müssen, weniger Angst vor der nächsten und übernächsten Trennung. Und auch nicht so viel von dieser machtlosen Sehnsucht, wenn du nicht da bist, die nur das Unmögliche will und das sofort und im nächsten Augenblick und die dann, weil es nicht sein kann, betroffen ist und schwer atmet. Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Es wäre nur nicht mein Leben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.